halli hallo schön dass du wieder auf meinem kanal bist oder das erste mal hier geht es um news geld und lifestyle ich berichte meistens über aktienvermögensaufbau vielleicht auch mal das sparen aber heute ich kann einfach nicht mehr heute geht es wirklich nur darum wie mache ich dich reich eine parodie schaut es euch an am ende schreibt sie in die kommentare was haltet ihr von diesen videos über die ich parodie habt ihr gute erfahrungen hat es wirklich jemand mal gemacht ich kann nicht mehr in jedem video ist so ein video drin viel spaß beim schauen schalte nicht weg aus diesem kanal ich mache dich reich du brauchst keine brille du brauchst keinen job du musst kein geld investieren ich zeige dir wie du musst nichts verkaufen du musst nichts haben du musst nichts geben du musst nichts nehmen einfach mir zuhören dann wirst du irgendwie 56.000 euro für meine schulungen zahlen dann wirst du klüger und wirst reicher aber an dieser stelle werde nur ich reicher aber es macht nichts ich zeige dir wie du reich wirst ganz einfaches system hier mit mir ich weiß dass es viele leute gibt die eine was versprechen in diesem video in jedem video aber ich bin der beste ich zeige dir wie du nebenbei als vater mit fünf kindern neben deiner vollzeit arbeit mit der schicht arbeit ein vermögen aufbauen kannst und ich mache riesen umsätze ich zeige dir dass ich mache minimum 125.000 euro falsch falsch das ist minimum minimum mache ich so viel geld ich weiß gar nicht wie viel das ist minimum jeden tag jede stunde und jeden tag aufs neue und weil ich so stinkscheiß reich bin will ich dir zeigen wie du noch reicher werden kannst beziehungsweise erst werde ich reicher dann du vielleicht irgendwann aber erst mal ich und ich zeige dir das video ohne mühe als vater und als mutter zu hause dieses erreichen kannst glaube nur mir es gibt so viele da draußen die so ein scheiß verzählen und keine sonnenbrille haben aber ich sag euch das kannst du dir auch leisten diesen geilen hintergrund bei mir wie ich gerade an in mallorca irgendwo sitze also in braunau in der einzimmerwohnung aber das spielt ja keine rolle ich zeige dir wie du geld machst drücke nur auf diesen link auf diesen link auf diesen link auf diesen link oder auf diesen link vielleicht auch dieser link dieser link und dieser link und dann kommst du direkt auf meiner seite viel spaß viel erfolg schreibt mir in die kommentare wie ich dich jetzt reich gemacht habe bis zum nächsten mal beim nächsten video tschau